Liebe Gemeinde, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen in dem wundervollen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Friede sei mit euch. Mir вам. So wie die Brüder schon angekündigt haben, haben wir heute das Thema Familie. И так как Bratia уже говорили, Thema нашего служения будет семья. Und ein Bruder hatte den Vorschlag gehabt. Und ein Bruder, находясь da in der Bratskai-Komnaute, имел такое предложение. Wisst ihr, er ist besonders fleißig und legt viel Kraft dabei an für den Kinderspielplatz. Знаете, er ist besonders прилежig, трудolübiger und bringt viel усилий da auf der детischen площадке. Und möge der Herr ihn segnen dafür. Und er hat mich darum gebeten, noch mal die Gemeinde daran zu erinnern, dass man spenden kann für diesen Spielplatz. Und знаете, er hat mich wieder gebeten, dass die Kirche auch in diesem Projekt der Spendenlink, der wurde schon öfters geteilt in den Gruppen. Für unsere Freunde, die unsere Gottesdienste mitverfolgen im Internet. Und auch ihr dürft gerne daran teilnehmen. Und auch ihr könnt in diesem Teil teilnehmen. Ich denke, unsere Brüder, die verantwortlich sind für den Videodienst. Ich denke, unsere Brüder, die verantwortlich sind für den Videodienst. Für die wird es kein Problem sein, in der Beschreibung den Link reinzusetzen unter dem Video. Ich denke, für die nicht die Probleme, die nicht zuerstellen, die in der Beschreibung unter dem Video. Jeder, der dem Wunsch hat daran teilzunehmen, ein Segen zu geben, der Herr segne euch. Ja, und jetzt möchte ich gerne zu dem Wort kommen, das mir auf dem Herzen liegt. Ich lese uns einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Ich zache es in einem Mestopisant mit dem Vers 22 bis 26. Jeder Christ, jedes Gemeindemitglied, der schon mal auf einer christlichen Hochzeit war, wir haben diesen Text schon sehr oft gehört. Wir haben diesen Text schon sehr oft gehört. Aber wisst ihr, heute liegt es mir auf dem Herzen, diesen Text zu lesen, dann würde ich ihn gerne ein bisschen historisch betrachten, zu welcher Zeit er geschrieben worden ist. Ich würde ihn gerne ein bisschen historisch betrachten, zu welcher Zeit er geschrieben worden ist. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen auf die geistliche Bedeutung eingehen. Und ich würde gerne noch ein bisschen auf die geistliche Bedeutung eingehen. Weil darin ist ein großer Segen. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung und des Segens. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung und des Segens. Und wenn Menschen an Gott glauben, und wenn Menschen an Gott glauben, und wenn Menschen an Gott glauben, ihm folgen, und nach seinem Wort leben, und leben, und leben, dann wird dieser Segen sichtbar in ihrem Leben. Und ich möchte uns den Text lesen. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Потому что муж ist глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Wie nun die Gemeinde dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Mужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова. Brüder und Schwestern, wir leben in einer Zeit, братья и сестры, мы живем в такое время, in einer Gesellschaft, в таком обществе, wo der moralische Kompass seine Richtung verliert. Где моральный Kompass теряет свое направление. Ja, die Werte werden nicht mehr geachtet. И что ценности они больше не ценятся. Und wisst ihr, dann kommen solche schlauen Menschen, die von sich denken, dass sie schlau sind, dass sie denken, sie sind schon so entwickelt, dass sie solche Texte unter Frage stellen können. Und dann kommt es leider vor, dass sogar Menschen anfangen schlecht zu reden über wirklich gläubige Menschen, dass даже люди начинают плохо говорить о действительно верующих людях, über evangelikale Christen, и о людях, настроенных или живущими по Евангелию. Ja, man nennt sie fundamental oder man bezeichnet sie als radikal oder man bezeichnet sie als radikal dass sie zurückgeblieben sind, dass sie nichts mehr wissen vom Leben, dass sie nichts mehr wissen von dieser жизни. Aber wisst ihr, das ist ein großer Schaden für unsere Gesellschaft. Aber wisst ihr, das ist ein großer Schaden für unsere Gesellschaft. In einer Welt, wo es keine Werte mehr gibt, in dem Welt, wo es keine Werte mehr gibt, in der moralität, wo es keine Werte mehr gibt, in der moralität, da leidet die Gesellschaft. Und wisst ihr, darunter leiden am meisten die Kinder. Und das sehen wir in unserem Dienst. Und das ist nicht die Regel, dass es unbedingt zu 100% so ist, dass es 100% so ist, aber die Tendenz ist sehr hoch, 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 wenn Eltern sich scheiden lassen, dass dann die Kinder auf die schiefe Bahn geraten, dass die Kinder sehr stark darunter leiden, dass sie dadurch in züchte geraten, dass sie dadurch in züchte geraten, sie kriegen emotionales Traumas, dass sie moralische Traumas, sie tragen einen großen seelischen Schmerz davor. Und sie tragen einen großen seelischen Schmerz davor. Und wisst ihr, dann kann nur die Gnade Gottes, nur die Liebe Jesu Christi, wieder solche Herzen heilen, wieder solche Herzen heilen. Und wisst ihr, für mich ist es wichtig, als ein christlicher Mensch, als ein Gemeindemitglied, eine gesunde, gute Familie zu haben, zu haben, zu haben, eine gesunde, gute Familie zu haben, eine gesunde, gute Familie zu haben, weil das unsere Gesellschaft formt, так как это влияет und formiert наше общество. Wisst ihr, wenn wir das ein bisschen historisch betrachten, zu welcher Zeit dieser Text geschrieben worden ist, dann kann kein Mensch des 21. Jahrhunderts, der diesen Abschnitt liest, voll ermessen, was dieser Text bedeutet hat. Was dieser Text bedeutet? Wisst ihr, wir Christen, wir verstehen das so, dass die Ehe, dass die Ehe, eine lebenslange Vereinigung von Körper, das Herz, und des Geistes von Mann und Frau ist, und das Geist von Mann und Frau ist, und der Apostel Paolo schrieb diesen Text zu einer Zeit, und der Apostel Paolo schrieb diesen Text zu einer Zeit, und der Apostel Paolo schrieb diesen Text zu einer Zeit, bis sie damals unter den Juden, und dann, unter den Juden, hatte man nicht so eine große Meinung von Frauen, dann, die Männer damals beteten so morgens, dass die Männer, die Uhr morgens, die Uhr morgens, Herr, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, dass ich kein Sklave bin, und dass ich keine Frau bin, und dass ich keine Frau bin, so beteten damals die Männer im Judentum. Und dass sie nachdem, die Frauen in der Zeit gegründet haben, und sie waren sozusagen das Eigentum vom Mann. Und sie waren sozusagen das Eigentum vom Mann. Im fünften Buch Mose, in Kapitel 24, Vers 1, lesen wir, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet, und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt, und sie aus seinem Haus entlässt. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie ihr мужem findet, und sie nicht findet ihn, weil er etwas Schadebrief schreibt, und sie schreibt sie in die Hand, und sie aus seinem Haus aus dem Haus, wissen Sie, diesen Text hat man damals benutzt, um ihn auszulegen, so wie sie es selber dachten, und es gab einen angesehenen Rabbin, der hieß Schamai, und er war eher etwas strenger, und er sagte, der einzige Grund, warum ein Mann seine Frau verlassen kann, ist, dass er sich mit ihr, ist, dass er eine Frau, und er sollte die Frau noch so böse sein, wie Isabel, und bei dem, die Frau noch so böse sein, wie Isabel, aber dann gab es noch einen angesehenen Rabbin, aber dann gab es noch einen angesehenen Rabbin, aber dann gab es noch einen angesehenen Rabbin, er war liberal, und sein Name war Hillel, und ihr wisst ihr, er sagte, was dieser schämtliche Grund sein könnte, was dieser schämtliche Grund sein könnte, was dieser schämtliche Grund sein könnte, er hat zum Beispiel gesagt, wenn die Frau einmal das Essen versalzt, und er sagte, wenn die Frau einmal das Essen versalzt, wenn die Frau einmal das Essen versalzt, ist schon ein Grund, das ist schon ein Grund, wenn sie sich mit bloßem Kopf in der Öffentlichkeit zeigen, wenn sie in der Öffentlichkeit mit anderen Männern reden, wenn sie in der Gegend des Mannes schlecht über seine Eltern reden, wenn sie eine zänkische Frau sei, wenn sie streitsüchtig ist und unbequem ist, und ihr könnt euch denken, wem die Menschen damals mehr gefolgt sind, wem die Menschen damals mehr gefolgt sind, natürlich war es für sie viel angenehmer, diesem Hillel zu folgen, dieser Lehre, und dann gab es einen Rabbi, der hat total übertrieben, und dann gab es einen Rabbi, der hat total übertrieben, er hieß Akiba, und er hat sogar gesagt, wenn er kein Gefallen an ihr findet, an seiner Frau, und er einer Frau begegnet, und er встретit eine Frau, die ihm reizvoller erscheint und besser ist, dann hat er das Recht, sich scheiden zu lassen. Und bis sie zu damaligen Zeiten, hatten die Frauen nicht mal das Recht, sich scheiden zu lassen. Jetzt könnt ihr euch mal denken, zu welcher Zeit der Apostel Paulus das geschrieben hat. Und wisst ihr, viel schlimmer, war es noch unter den Römern. Da war der Sittenvorfall sehr stark, so wie ich es schon sagte, es gab keine moralische Orientierung, der Frevel herrschte, dass Bezbosch in der Welt цarzt war. Ja, man hat dort geheiratet, und da jenились oder выходили замуж, um nur sich wieder scheiden zu lassen, und wieder zu heiraten, und wisst ihr, es gibt Berichte von damaliger Zeit, die gesagt haben, dass eine Frau es geschafft hat in fünf Jahren, achtmal zu heiraten, oder zum Beispiel eine Frau, hat das 23. Mal geheiratet, und wisst ihr, der Mann, der sie geheiratet hat, für ihn war es die 21. Hochzeit, also keine Orientierung, keine Werten, und Paulus hat zu der Zeit, durch die Kraft des Evangeliums, durch die Kraft der Frohen Botschaft, die Menschen zu einer Umkehr aufgerufen, und wisst ihr, diese Kraft des Evangeliums, die Kraft der Wiedergeburt, hat die Menschen zu einer neuen Treue geführt, zu einer neuen Reinheit, zu einer neuen ehrlichen Gemeinschaft, und wisst ihr, es ist bewiesen, und man sieht dort, wo das Evangelium hingekommen ist, und sieht dort, wo das Evangelium verkündigt worden ist, ist es historisch erwiesen, die reinigende Wirkung von dem Evangelium, und wie das Christentum, eine Kraft ausgeübt hat auf die antike Welt, und wisst ihr, das kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, und wisst ihr, das ist die frohe Botschaft, und das ist das Evangelium, und das ist die Ordnung Gottes, und wisst ihr, Paulus hat das gesagt, und wisst ihr, Apostel Paulus hat das gesagt, er hat persönliche Offenbarungen bekommen von Jesus Christus, und wisst ihr, dass wir, durch die ganze Bibel hindurch, und wir sehen das durch die ganze Bibel hindurch, wie die Ordnung sein sollte, und wisst ihr, wenn sich Menschen daran halten, wenn sie von ganzem Herzen an Gott glauben, dass Gott, der von ganzem Herzen an Gott glaubt, und bei ihm um die Kraft erbeten wird, und bei ihm um die Kraft erbeten wird, dem wird Gott sie geben, dass Gott ihm diese силen, und wisst ihr, ich sehe hier, und wisst ihr, ich sehe hier, in diesem Text eine viel größere Verantwortung für die Männer als für die Frauen, in diesem Texte, die größere Verantwortung für die Männer als für die Frauen, ja, im Text 25 lesen wir, und ich bitte euch, betrachtet immer noch den historischen Kontext, zu welcher Zeit der Apostel Paulus der schrieb, er schrieb, liebt eure Frauen, und wisst ihr, es ist heute immer noch so wichtig, und es ist heute noch so wichtig, weil darin ist ein großes geistliches Geheimnis verborgen, weil darin ist ein großes Geheimnis verborgen, weil darin ist eine große Quelle des Segens für die Familie, und es ist ein großes Geheimnis verborgen, und wisst ihr, in diesem Text, benutzt der Paulus das altgriechische Wort agape, Apostel Paulus потребляет das starre griechische Wort agape, im griechischen oder im altgriechischen gibt es vier Wörter für Liebe, und zwar das erste ist, Eros war das erste Wort, ich denke, die Erwachsenen unter uns, ich muss euch die Bedeutung nicht erklären, es bezieht sich auf eine von Verlangen getriebene Liebe, ja, dann das nächste Wort war Storge, und das zweite Wort war Storge, ja, das war ein Wort, das bezieht sich auf die Liebe innerhalb der Familie, das Wort, das Wort, das Bezieht sich auf die Liebe innerhalb der Familie, die Art von Liebe, die es zwischen Eltern und Kindern gibt, oder im allgemeinen unter der Familienmitgliedern, oder das ist eine Liebe, die von Blut angetrieben wird, und, ihr wisst, das ist eine Liebe, die von Blut angetrieben wird, man sagt nicht umsonst, Blut ist dicker wie Wasser, nicht zäblich, dass Blut ist dicker wie Wasser, ich denke, das ist auch der Grund, warum jeder Vater denkt, seine Kinder sind die hübschsten, ja, und auch die besten, und das dritte Wort ist Filia, und das dritte Wort ist Filia, wisst ihr, das ist eine Bezeichnung von Liebe, die bezeichnet eine brüderliche oder eine freundschaftliche Liebe und Zuneigung zueinander, das ist die Form von Liebe, die man am höchsten erreichen kann, auch ohne Gott, aber Apostel Paulus benutzt hier das Wort Agape, aber Apostel Paulus benutzt hier das Wort Agape, wisst ihr, Eros, Storge und Filia sprechen jeweils von gefühlter Liebe, aber Agape beschreibt eine andere Art von Liebe, die nicht spontan aus dem Herzen kommt, sondern es ist eine Liebe vielmehr von einer Entscheidung heraus, und wisst ihr, Apostel Paulus sagt hier, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, wie sie aus dem Römerbrief wissen wir, dass uns Jesus schon dann geliebt hat, wo wir noch Sünder waren, wo wir noch Feinde des Kreuzes waren, wo wir noch Feinde des Kreuzes waren, die ihn nicht annehmen werden, die ihn nicht annehmen werden, aber dennoch hat er sich entschieden, uns Menschen zu lieben, und wisst ihr, er war bereit, und er war bereit, aus der Liebe auf das Kreuz von Golgatha zu gehen, er fühlte sich nicht danach, und er fühlte sich nicht danach, aber er hatte sich entschieden, aus der Liebe auf uns zu lieben, uns zu erretten, sein Leben für uns zu geben, damit er uns dadurch reinigt, und uns heilig vor sich stelle, preis sei dem Herrn, und wisst ihr, ich möchte noch einmal festhalten, Agape hat nicht viel mit Gefühlen zu tun, Agape, оно nicht mit Gefühlen zu tun, es ist eine Frage von Entscheidungen, aber es ist eine Forma, eine решительная Forma, Agape ist eine Liebe, die unveränderlich ist, Agape – es ist eine sich selbstgebende Liebe, und es ist eine Liebe, die auch liebt, wenn sie abgelehnt wird, die Liebe, die keine Rückzahlung fordert, die Liebe ist so groß, dass sie sogar unliebsamen, und unsympathischen Menschen gegeben wird, und es ist eine Liebe, und es ist eine Liebe, die auch liebt, wenn sie abgelehnt wird, die Liebe, obwohl sie sie auch liebt, und Apostel Paulus ruft uns dazu auf, dass wir uns entscheiden sollen zu lieben, dass wir uns entscheiden sollen zu lieben, das ein Leben lang hält, das durch alle Schwierigkeiten geht, das durch alle Schwierigkeiten geht, und er hat einen Satz gesagt, der mir so sehr gefallen hat, und er hat mir so sehr gefallen, und ich habe ihn mir gemerkt, und ich habe ihn mir gemerkt, wisst ihr, wie Menschen wir sind so, egal wie böse wir auch sein mögen, wir wünschen unseren Kindern nur das Beste, weil wir lieben sie, weil wir sie lieben, wisst ihr, so hat sogar Jesus Christus gesagt, selbst ihr, die ihr böse seid, dennoch gebt ihr euren Kindern das Gute, und wisst ihr, er hat folgendes gesagt, wenn du deine Kinder liebst, und du wünschst ihnen nur das Beste, und du wünschst ihnen nur das Beste, dann kümmere dich um ihre Mutter, ja, dann kümmere dich um ihre Mutter, wisst ihr, das macht Kinder glücklich, und das sagt hier Apostel Paulus, er schreibt, ihr Männer liebt eure Frau, er schreibt, ihr Männer liebt eure Frau, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat, und hat sich selbst für sie hingegeben, und predal себя für sie. Wisst ihr, für die Frauen, wird es viel einfacher in der Ehe, wenn sie sehen, dass der Mann am richtigen Ort ist, dass er Gottesfürchtig ist, dass er das Angesicht Gottes sucht, dass er lebt nach dem Wort Gottes, und dass er lebt nach dem Wort Gottes, und dass er lebt nach dem Wort Gottes, für solche Frauen ist es viel einfacher, für solche Frauen ist es viel einfacher, weil sie sehen, ein starkes Fundament, ein twerdes Fundament, einen geistlichen breiten Rücken, und, man kann sagen, eine solle spirituelle Oppose, wo sie sich dahinter sicher fühlen, und wissen Sie, Brüder und Schwestern, diese Kraft hat uns Gott in unsere Hand gegeben. In den Hochzeiten wird oft gesagt, schau mal deinem Partner an jetzt, er wird nicht immer so hübsch bleiben, er wird nicht immer so jung bleiben, die Zeit wird seine Spuren dahinter lassen, und, wisst ihr, die Gefühle können dann täuschen, sie können dann irreführen, und ich habe schon von Brüdern gehört, und auch ich selber persönlich, ich habe unter Tränen bei Gott um das gebeten, wenn Jahre vergehen, wenn Kinder in die Familie kommen, wenn Kinder in die Familie kommen, und Schwierigkeiten begleiten das Leben, und Tränen werden uns mit der Lebensjahre dann ist es sehr wichtig, eine Entscheidung zu treffen, und, wisst ihr, wenn wir das mit ernst vor Gott bringen, und, wisst ihr, wenn wir das mit ernst vor Gott bringen, und, wisst ihr, wenn wir das mit ernst vor Gott bringen, dann wird Gott das geben, dann wird Gott das geben, er wird das geben, er wird das geben, er wird das geben, im Jakobusbrief heißt es, in Посlании Jakobu написано, da gibt es ein Prinzip, und, da sagt er, wenn jemand an weisheit mangelt, und, wisst ihr, wenn jemand an weisheit mangelt, der bitte einfach in einfalt im Glauben bei Gott, so da prosi просто uboga, und er gibt, und er gibt, ohne ansehen der Person, und, wisst ihr, dieses Prinzip, bez лицеприятий, das Prinzip, denke ich, kann man auch mit der Liebe anwenden, man kann sich niederklicken, vor Gott, dem allmächtigen Herrn, und sagen, Herr, ich entscheide mich, und sagen, Gott, ich принимere die Entscheidung, diese Entscheidung habe ich getroffen, bitte gib mir deine göttliche Liebe, und ich bitte dich, die bожественliche Liebe, gib mir die, und, wisst ihr, Gott wird sie geben, und, wisst ihr, Gott wird sie geben, reich sei dem Herrn, славa Богu, Ehre sei unserem Herrn, und das ist so wichtig für unsere Gesellschaft, und das ist so wichtig für christliche Familien, für christliche Familien, wisst ihr, es ist sehr wichtig, und, wisst ihr, es ist sehr wichtig, dass wir diese Stelle richtig verstehen, dass wir diese Stelle richtig verstehen, diese Schriftstelle gibt uns nicht das Recht, und diese Schriftstelle gibt uns nicht das Recht, wie Tyrannen zu handeln, wie Tyrannen zu handeln, auf den Tisch zu klopfen, auf die Kinder zu schreien, und die Familie wie Sklaven zu behandeln, und die Familie wie Sklaven zu handeln, mit Liebe, und zwar nur durch die Liebe, nur durch die Liebe, nur durch die Liebe, nur durch die Liebe, wie sie, Apostel Paulus sagt hier, damit er sie heilige, in Vers 26, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, und was ist das Wasserbad im Wort, das ist die Predigt von dem Wort Gottes, das im Glauben und durch Geist erfüllte Menschen gesprochen wird, Brüder und Schwestern, es ist sehr wichtig, Das, was man von Gott erbeten hat, Was man von Gott erbeten hat, & im Glauben empfangen hat, und hast Du das auch im Glauben ausspricht, Und das auch im Glauben sagst in deiner Familie, und das auch im Glauben sagtst in deine Familie, Das hat eine reinigende Wirkung. Und es produziert eine heilige Wirkung. Eine heilende Wirkung. Осwещающие Wirkung. Wisst ihr, manchmal, wenn wir so mit der Familie am Tisch sitzen, wenn wir so mit der Familie am Tisch sitzen, dann mache ich es besonders spannend. Ja, ich sage, Kinder, wisst ihr was? Ich sage, Kinder, wisst ihr was? Ich habe ein großes Geheimnis. Ich wollte es hören. Und sie sagen, Papa, Papa, bitte, bitte, sag, sag was? Und dann sage ich, eure Mama ist die Beste. Ich liebe eure Mama. Und wie sie sagen, ach, Papa, das hören wir doch jeden Tag. Und sie sagen, ja, Papa, wir das jeden Tag hören. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig. Brathe und Schwestern, es ist so wichtig, dass das im Glauben gesprochen wird. Dass die Kinder es hören. Dass die Kinder es hören. Weil das macht die Kinder glücklich. Wissen Sie, letztes Mal, wo Bruder Freddy gepredigt hat, dann hat er ein paar Beispiele genannt, und ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Ich habe ihm schon gesagt, Bruder, das, was die ganze Predigt, was ich sagen wollte, gesprochen. Und ich habe mir gesagt, Brathe, die примеры, die du привelst, das war praktisch die meine Predigt, die ich wollte sagen. Wissen Sie, wir sehen schon in der Bibel. Und Sie wissen, wir sehen in der Bibel, was für Auswirkungen das auf die Kinder hatte, wenn die Väter ihre Frauen geliebt haben. Ja, wenn die Väter ihre Frauen geliebt haben. Wenn die Väter ihre Frauen geliebt haben. Wissen Sie, vielleicht kann jemand sagen, Alex, was willst du erzählen? Brathe, Sascha, was willst du dir erzählen? Deine Familie ist noch nicht groß. Deine Kinder sind noch nicht herangewachsen. Deine Kinder sind noch nicht herangewachsen. Deine Kinder sind noch nicht herangewachsen. Das mag so sein. Может быть, so ist es. Aber wisst ihr, ich tue das im Glauben. Und ich sehe, wie das wird. Und ich sehe, wie das wird. Wisst ihr, ich gehe bewusst als Vater. Und ich gehe zu den Kinderstundenleitern. Und ich gehe zu den Kinderchorleitern. Und ich gehe zu den Kinderchorleitern. Und ich erkundige mich immer wieder. Und ich weiß, wie meine Kinder sind. Machen die Ärger, machen die keinen Ärger. Und ich spiele, wie meine Kinder sich meine Kinder sind. Und siehst du, bis jetzt, Gott sei Dank, habe ich noch nichts Schlechtes gehört. Und ich weiß, dass ich noch nichts Schlechtes gehört habe. Brüder und Schwestern, wisst ihr, was das für eine Freude ist? Brathe und Sästern, wisst ihr, was das für eine Freude ist? Wenn du auf Arbeit bist. Und dein Sohn schickt dir Nachrichten über WhatsApp. Und dein Sohn schickt dir Nachrichten über WhatsApp. Eine große Bibel. Und da gibt es eine große Bibel. Viele Bohnstifte. Und schreibt Papa, ich fange jetzt mit Studium Lukas-Evangelium an. Und sagt Papa, ich beginne mit Studium Lukas-Evangelium an. Wisst ihr, das kann kein Geld der Welt geben. Und sie wissen, das kann kein Geld der Welt geben. Wenn du merkst, dass der Segen Gottes ist in der Familie. Und ich nach meinem Leben habe das überhaupt nicht verdient. Und ich in meiner Leben habe das überhaupt nicht verdient. Aber eins habe ich begriffen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Wort Gottes ist die Wahrheit. Dass das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und Gott ist lebendig. Und wenn wir handeln nach dem Wort Gottes. Auch wenn es schwer ist. Und Gott wird es sehen. Und er wird Segen sehen. Und er wird Segen sehen. Diese Botschaft wollte ich uns heute mitgeben. Und das Wort Gottes wollte ich euch heute mitgeben. Lasst uns leben nach dem Wort. Lasst uns mit unseren Familien. Die Gemeinde wachsen lassen. Und auch die Gesellschaft formen und sie heilen dadurch. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns aufstehen und uns aufstehen und uns aufstehen. Untertitelung des ZDF, 2020